So, und da haben wir den kleinen Rusty. Er ist jetzt mittlerweile vier Monate alt und hat sich prächtig entwickelt, wie ich finde. Schaut ihn euch an, was für ein bildhübscher junger Hund es ist. Er hat auch ein total weiches, samtiges Fell und einen ganz, ganz lieben Charakter. Verspielt ist er natürlich wie jeder Welpe. Und er sucht noch seine Traumfamilie in Deutschland. Von seinen sieben Geschwistern haben schon einige ihr Frauchen oder ihr Herrchen gefunden. Und ja, wenn ihr euch jetzt für den Rusty interessiert, schaut ihn euch an, was für ein hübscher, lieber Kerl er ist. Dann könnt ihr euch gerne bei Tierfreunde Griechenland melden und der Rusty könnte schon bald euer neues Familienmitglied sein.